Musik Liebe Leute, herzlich willkommen bei Ghost TV. Ganz kurzes Video, ohne Schlickschnack, es geht um den Livestream. Der Livestream findet statt nächste Woche Samstag. Ich schätze mal gegen 17 Uhr, legen wir los. Und wir schauen mal, Stündchen, anderthalb, je nachdem wie lange wir Bock haben. Aber ich brauche eure Hilfe dabei auf jeden Fall, weil ich will euch nicht die ganze Zeit einfach nur dumm voll labern. Also schickt mir mal in den Kommentaren eure Themenwünsche, worüber wir da sprechen sollen bei dem Livestream. Wenn ihr Fragen an mich persönlich habt, schreibt auch die entweder in die Kommentare oder aber tippert mich über Instagram an, schickt mir eine Mail, wie auch immer. Ja, haut einfach mal so ein paar Stichworte raus, damit das Ganze nicht gerade beim ersten Mal zu langweilig wird für euch und ich euch da irgendeinen Blödsinn erzähle, den keiner von euch hören will. Also liebe Leute, tippert fleißig, ich zähle auf euch und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche Samstag um oder gegen 17 Uhr hier wiedersehen und eine Menge Spaß haben beim ersten Mal im Livestream. Liebe Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund und munter und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.